Hallo und Tag. Heute erkläre ich euch mal, wie ich ein richtig geiles Masturbiergerät bauen kann. Also passen wir auf. Hier sind die Bauteile. Damit ihr euer Dödel richtig schön in das Ding halten könnt und schön abspritzen könnt. Hier ist eine schöne Rindspritze. Wenn das Masturbiergerät fertig ist, für eine Tonartestelle, dass wenn ihr in eurer Tasche die Rind wickt, schön Rindspritze, schön BAM BAM! Das ist auch nur für kleine Pindeln. Das war bei einer Hubspritze, schön in der EMA. Dieses Masturbiergerät, das mache ich jetzt sauber, weil da kann schon ganz viele andere Kerle drin gehen. Schrei mal das so auf. Hanna, lass mal das so auf, ne? Die ganze BAM BAM plus Schamrohr, komm jetzt da raus. Pass mal auf. Das wäre nicht extra die Schaftbuchse angezogen. Boah, schön. Guck mal rein. Schön BAM BAM. So, jetzt haben wir so eine ganze Pferlefatz da raus. Alter, ich kotze gleich. Boah, das ist abratig. Boah, das haben wir viel Sperrma durchgeflusst, ey. Alles BAM. Weil jeder dort ingespritzt hat. Und die geil BAM. Geil BAM. Bisschen durchgespielt, ey. So, jetzt haben wir das geile F***-F***-Ohr. Haben wir freigeläht. Jetzt ist dort die F***. Boah, das ist ein geiler Loch, ey. Das ist ein F***-Loch. Da hat man jetzt den ganzen Dreck raus. Da geht der ganze Ranziner. Kannst du die Hand noch drehen, Alter. Boah. Sicher passt der Pübis-Akkel drin. Da geht Pübis ganz tief drin. Wo es aber ein bisschen kleiner sind und ein bisschen dünner. Da ist doch eine F*** drin. Das geht auf jeden Fall. Boah. Ich bin F***-Din. Leg mich am Pübis. Sicher kommt ein ganzes Saft raus, ey. Auf jeden Fall ist auch geil. Boah. Schön verspritzt. So, ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir können jetzt prima euer Teil reinstecken, ne. Also einfach dran denken. Bohre ab. Wegschmeißen. Da haben wir das Loch. Dann können wir euer Ding da reinstecken. Vielleicht noch feuerwarme Sackfleisch reinstecken. Dann können wir noch schön ins Loch hin. B****. Das probier ich jetzt noch alles. Bis dann. Boah. Das probier ich jetzt noch, ey. Boah. Pff. But if you close you up. Oh. 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 Oh.